Pichon, Frank Löning mit dem tollen Ball, alles geht ganz schnell, Dani Blum, was macht Dani Blum? Das 2 zu 0, wunderbares Tor von Dani Blum. 70. Minute, ganz wichtig und das merken in Sandhausen alle. Kollektives Kuscheln in Sandhausen, Marco Pichon der Ausgangspunkt, dann Löning mit dem tollen Ball auf Dani Blum und besser kann man das nicht mehr machen. Ein wunderbares Tor, schön und gleichzeitig beruhigend.